Yo Leute, bevor das Video losgeht, ich weiß, die Tonspur ist ein bisschen zu laut. Ich muss es aber trotzdem hochladen, ihr werdet sehen warum und ja, ich hoffe, es stört euch jetzt nicht allzu sehr. Es wird ein bisschen nerven, aber ich denke mal, ihr haltet das aus. Bis gleich. Ich muss ein kleines bisschen leise sein, weil es schon ziemlich spät ist, wenn ich ehrlich bin. Ich mache jetzt auf jeden Fall diese ganzen Cases auf. Warum genau Sticker Cases? Ich sage es euch. Es gibt in diesem Case, ja, gibt es einen Case, der 40 Euro wert ist. Und das ist dieser... da unten mit der Krone. Alle anderen sind auch okay. Wirklich. Alle anderen sind okay. Ich nehme sie, warum auch nicht. Und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los. Wir haben 15 Stück davon. Und wir hoffen auf jeden Fall auf die Krone. Wir hoffen, egal wann wir einen Case aufmachen, auf die Krone. Wir hoffen auf die Krone. Schade. Wirklich schade. Aber ist völlig egal. Wir nehmen jetzt den ersten Schlüssel und den ersten Case. Es ist gar kein Problem. Und los. Fuck for fuck's sake. Schon wieder den gleichen. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr gut. Ich wollte auf jeden Fall diesen Sticker noch einmal haben. Letzten Schlüssel. Letztes Case. Goddammit. Wobei, er sieht ganz cool aus, aber... Wieder letzter Schlüssel. Letztes Case. Wir machen das jetzt einfach die ganze Zeit durch. Ist mir scheißegal. Und schon wieder derselbe. Fuck off. Fuck off. Okay, wir werden jetzt ein schnelles Inventory Case machen. Guckt es euch an. Wir haben drei von denen. Drei. Schnelles Inven... Och. Chicken. Okay, jetzt nehmen wir irgendwann was aus der Nette. Ich hoffe immer noch voll auf die Krone. Ich hoffe auf die Krone. Nehmen das und auch einfach mit eins raus. Let's go. Das sind 40 Euro oder so. No way. No fucking way. No way. Ich habe ihn wirklich bekommen. Ja, man. Ja, man. Nice. So einen Lack. So einen Lack. Okay, wir nehmen wieder eins mitten raus. Mir ist mir scheiße. Alles egal. Ich habe mein Geld eh schon doppelt wieder. No way, Alter. Ich habe den einfach so bekommen. Wie geil ist das denn? Wir nehmen einfach wieder mitten einen raus. Mir ist völlig egal. Sack. Und Inventory. Oh, wir haben wieder den Chicken Lover bekommen. Und wir nehmen wieder eins mitten raus. Wir nehmen jetzt wieder eins mitten raus. Und wir nehmen das letzte. Wir drehen uns einfach im Kreis. Und leider nur scheiße. Aber bist du, Leute? Das macht gar nichts. Wir haben den hier. Wir haben den hier. Das ist komplett okay. Okay, wir nehmen den vorletzten. Und das vorletzte Case. Und Inventory. Oh scheiße. Okay, wir nehmen den letzten und das erste. Letzten. Und das erste. Und ich mache jetzt den allgemeinen Case. Case Opening Trick. Macht jetzt nichts. Ist jetzt auch völlig egal eigentlich, was ich hier noch bekomme. Okay, wir nehmen den letzten. Wieder den letzten. Und Inventory. Wir kriegen immer nur den Chicken Lover. Okay, jetzt nehmen wir den aus der Mitte. Und die Kapsel aus der Mitte. Und wir lassen uns einfach wieder überraschen. Und schon wieder den. Unglaublich, Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Von 15 waren die, Alter. Holy fucking shit. Okay, wir nehmen den letzten und den ersten. Und Inventory. Ach, schade. Okay, und das letzte lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen. Das war's. Das war's. Hallo? No fucking way. Wir haben den Kronsticker bekommen, Alter. Hier. 40,50 Euro. Für den scheiß Crownsticker. Für den scheiß Crownsticker. Heilige Mutter Maria Gottes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, mehr kann ich jetzt wirklich gerade nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es auf jeden Fall eine Bewertung da war. Und, ähm, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt kommen noch Screenshots von den Leuten, die mit Kisten und sowas gespendet haben. Also, bis zum nächsten Mal. Macht euch weiter. Für den Sender Teil 5. 3, 2, 1. 3, 2, 1.